hallo und herzlich willkommen zum Think Thursday. Wir spielen das Spiel wieder Hearthstone. Und wir spielen unser Solo-Abenteuer weiter. Ich überlege gerade, mache ich jetzt die restlichen vier oder mache ich erst die zwei Herausforderungen? Nächstes Mal mache ich die restlichen vier, die wir ja schon freigekauft haben. Okay, starten wir mal. Und hoffen noch, dass wir gewinnen werden. Ne? Das wird bestimmt ganz easy, ganz easy. Hoffe ich. Guldan gegen Feuerkerle! Ach, das war der. Das können wir in Ewigkeit erbauen. Eure Seele wird mir gehören. Ich muss schon wehens mal nicht in dieser Schale leiden. Ja. Ja ne, ist klar. Schmeiß mal den schon mal raus hier. Den wollte ich auch schon nochmal haben. Jetzt habe ich sie. Bisschen früh. Nein, diese Eier sind wertvoller als ihr glaubt. Ähm. Alle nicht-demonischen Dienern. Das war ein Schadens. Schreibt mich hier so an! Nein! Nicht noch eines! Für diese Gräuelkeit werde ich mir eure Köpfe holen! Legt einen zufälligen Dämon auf eure Hand. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ist auch einer. Wenn der sterben sollte. Und die Verrommung in den, dann bin ich der. Hm. Ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das war's. Das war's. So geht's. Zurück an die Arbeit. Hey! Was macht er das für'n Terz? Verleiht einem für diesen Zug.. Splush Y. Wir machen das alles so hier. So hier So hier So hier So hier So hier Wenn ich die dazwischen lege Da glaube ich Piyama Wow Wenn ich den daneben soll Wenn ich den daneben soll Was ich wolle Was ich wolle Da hätte ich es mal plus 2 wenn eure Held wäre und dann ist es gut schade leid Ähm So Was wird den raus Dann noch den kaputt Den kaputt und wer kommt ich hoffe der Ja 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 Ich habe schon zu viel gewonnen Mein benachbarten spieler Homeplus 1 Ok liegt auch viel Dann haben wir gewonnen Ja 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 Na Ja Auch? Ja. Das... Okay, okay. Die Wut des Schwarzfelds pulsiert durch meine Adern! Okay. Den würde ich auch nicht haben. 5, 6, 7... 8, 9... 10... Ja, müsste eigentlich passen wohl nicht. Ach komm. Fühl ich auch mal was. Komm mal. Hab ich nur Zauberkarte nie? Oder was? Bin ich schon dabei? Ja! Bin ich schon dabei? WTF? 3, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9... Du musst noch Knoppen. Ah, endlich mal. So, jetzt aber. Jetzt nehme ich einmal diese Karte Beursacht für Schaden. Oh ne. Nehmen wir erstmal den hier. Bam! Zack, zack, zack. Bei mir rein. Dann nehmen wir den. Und... Auch bei mir rein. Und... Dann... Dann... Und wenn wir da 4 Schaden... Ne, den mal halt immer. Wir setzen den auf seiner Hand zurück. Und greifen so an. Bam! Oh, guck mal was für Schaden Karten, die hier zerstört werden. Nein! Er hält hier jetzt mal ein. Der hält für jedes. Diesen Zug. Oh, halt ausgespielte Karte. Plus 2. Oh, man. Jetzt? Ich habe nur noch eine Waffe. Hm. Ich habe nur noch eine Waffe. Die zerstören. Die zurück. Auf der Hand. Und... Die Spieler. Vernichtet einen Diener. Das kann noch. Ah. Ne. Geht's auch. Einem unverletzten Diener 2 Schaden. Einem unverletzten Diener 2 Schaden. Einem unverletzten Diener 2 Schaden. Überleg. Jetzt muss ich aber die ausspielen. Verursachen so viel Schaden. Das war's. Ein unverletzter Diener. 2 Schaden. Und... Das war's. 2 Schaden. Bitte zerstört meine Karten 8. Ach, ne. Oh, ja. Meine kopiert. Wie nett. 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 Aber das ist sowieso egal. Denn ich habe jetzt gewonnen. Bam. 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 Und... Gewonnen! So. So. Jetzt haben wir 2 Kerausporten. Für Darum von den feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Auch cool. Die ist auch cool. Karte. So. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal alles. Normale Reihe. Und das Squall. Und dann werde ich jetzt nächste Woche mit... der 4. Ah. Mit der 5. Reihe am Anfang. Stimmt. Die 5. Reihe ist das. Das Geheimnobel. Für heute. Ne. Erstmal war nichts. Es kann sein, dass der Gegner bestimmt schwerer ist. So. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Die 2 Runden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.